Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Wir haben heute Furcht in der 4th Street. 1978. Danach haben wir eine Kuh. First Cow. Danach haben wir etwas mit Hunden. Los Reyes. Und nen Knecht. Der Knecht. Den haben wir auch. Ganz zum Schluss sind zwei Schwestern im Feuer. Im Feuer zwei Schwestern. Und der Patrick ist auch dabei. Im Film Patrick. Und als Rausschmeißer gehen wir noch in ein Grenzland. Das Grenzland. Und letzten Endes solltet ihr uns vielleicht abonnieren oder kommentieren oder uns über Spenden vielleicht finanziell unterstützen. Infos dazu unten in den Shownotes. Und los geht's. Hallo und herzlich willkommen hier beim Tele-Stammtisch. Heute besprechen wir, Nina und Lasse. Wir besprechen heute den neuesten 4th Street Film. 4th Street 1978 heißt das. Das heißt der Film und der erste Film ist bei euch, Lasse und Patrick hat ja den ersten besprochen. Der ist ja nicht so gut bei weggekommen. Ob der zweite besser wird, das werden wir jetzt gleich besprechen. Aber zuerst, worum geht es denn überhaupt im ersten Teil und im zweiten Teil und wie hängen die eigentlich zusammen? Naja, ich meine, der erste Teil spielte 94 mit einer Maul-Killer. Im Prinzip war es halt Scream. Also es hat da ganz, ganz viele Elemente von Scream. Und dieser hier hat am Anfang einen kurzen Link dazu, wo sie halt jemanden befragen, der bei einem Fall aus dem Jahr 78 dabei war. Halt eine junge Frau. Die war damals Teenagerin. Und wir flashen back dorthin und die Handlung ist Freitag der 13. Kreuz mit Sleepaway Camp. Das ist eine gute Zusammenfassung, ja. Das ist alles. Das ist alles, was man wissen muss. Das ist komplett. Das ist genauso wie beim ersten Mal. Ich hätte nicht erwartet. Ich habe beim ersten, ich habe bei der ersten Review gesagt, das war echt eine der schlimmsten Dinge, die ich seit langem gesehen habe. Also ich fand es ganz furchtbar. Und ich hatte mich halbwegs auf den, dann war ich doch ein bisschen optimistisch beim zweiten Teil, wo ich dachte, ach, keine Ahnung, halt mit dem Camp und so weiter. Also so, wer weiß. Überraschung. Ich fand es noch schlimmer. Ich muss mich da anschließen. Also ich fand, ich fand den ersten Teil nicht so schlimm. Ich fand den ganz okay. Aber ich fand auch den zweiten Teil fand ich nicht so gut. Also fand ich auch schlechter als den ersten Teil, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, wie man das noch schlimmer machen kann, halt auch Großproblem, keine dieser Figuren ist lebenswert. Keine. Ja. Es ist wirklich der Hammer, weil ich meine, wir kennen ja das, das und das, ich habe das schon im ersten Video gesagt, ich bin ja kein Fan von Slashern allgemein. Ganz oft nämlich ist bei Slashern auch die Attitüde, auch wir haben ja diese ganzen nervigen Figuren und ihr wollt einfach, dass der Killer sie tut und ich habe nie verstanden, wie man für den Killer routen kann. Das ist wahrscheinlich nicht so richtig. Ah, ja. Und hier kann ich das auch nicht, ich route für niemanden ist das Ding. Und das Allerschlimmste ist, dass dieser Film hier mehrere schlimme Tabus bricht und auch wirklich unschuldige Kinder niedermetzelt. Halt wirklich nicht nur irgendwie Teenager, sondern halt auch sehr viel jüngere Charaktere. Das fand ich auch richtig krass. Und es ist einfach, weil ich verstehe das mit der Logik mit normalen Slasher-Filmen, oh, die sterben wegen Drogen und Sex und bla, 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 bla. Aber das fand ich, und schon im ersten Teil, das kommt alles rüber so mean-spirited, so unfassbar garstig, auf so eine ganz gemeine, fiese Art und Weise und das kann ich nicht ab. Ja, ich habe da ein bisschen mehr Verständnis, nicht vielleicht, aber ich bin mal gespannt, weil das ist ja eine Trilogie, das hängt ja alles zusammen. Es wurde als Miniserie, glaube ich, konzipiert und es ist halt trotzdem eine Miniserie nur im Trilogie-Format, würde ich mal so sagen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das alles sich zusammenführen wird und dass es dann halt vielleicht ein bisschen mehr erklärt. Aber was ich sehr, sehr schade finde, ich habe Fear Street-Bücher, ich glaube, ich habe alle gelesen damals, als so zwischen zwölf und fünfzehn, habe ich wirklich mein Taschengeld wirklich in Büchern investiert und ich habe die alle gelesen und ich dachte mir so, ja, okay, das ist ein Slasher-Horrorfilm, aber das ist kein Fear Street-Film. Also weder noch, weder der erste noch der zweite Teil, weil… Ich schneide es nicht. Ja, weil es ist halt für mich, ist Fear Street halt so, das sind so Bücher für Kinder oder für Jugendliche, die vielleicht noch nicht Stephen King lesen können, weil, ne, einfach die, man einfach nicht die tausend Seiten lesen will. Hier gibt es mehrere Stephen King-Name-Drops auch noch in der Nähe. Ja, das fand ich auch, dachte mir so, ah, okay, ja. Aber ich fand, das hatte gar nichts mit den Büchern zu tun, außer halt Camp Nightwing gibt es auch im Fear Street-Universe, sage ich mal so. Shady Side, Shadyville ja auch. Vor allem Camp Nightwing, das war auch, ich musste die ganze Zeit daran denken, weil es war das Buch, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist. Ich weiß nicht, warum, ich kann mich an die Handlung nicht erinnern, aber es gab ein Buch, das Camp, und ich konnte nicht aufhören zu lesen, ich hab's wirklich bis drei Uhr morgens gelesen, weil ich mich so gegruselt habe und musste wissen, wie das endet. Und das ist halt hier überhaupt gar nicht der Fall. Es ist halt ein Netflix-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist halt so ein Film, den man halt irgendwie für Netflix verwurstet hat, ist halt Content, ist halt da, kann man sich angucken, aber mehr auch nicht. Sehr viel besseren Content auf Netflix als das, und ich glaube auch, das war ursprünglich noch von Fox übrig, hat mir jemand erzählt. Ich weiß nicht genau, wie viel daran stimmt. Aber das hier wirkt wie, ach Gott. Vor allem auch, wovon ich geschockt war, die Gore-Effekte waren schlechter als im ersten Teil. Ich fand, der erste Teil, so sehr ich nicht mochte, hatte wenigstens ein paar gute Kills. Hier ist viel zu oft einfach das CGI-Blut offensichtlich. Und wie gesagt, halt, du magst diese Figuren nicht, halt die etwas ältere Schwester ist so ein blödes, naives Dummchen. Und diejenige, um die es dann halt wirklich geht, die wir ja auch aus Stranger Things kennen, ist so eine unliebenswerte, aggressive Bratze. Ja. Wo man halt, ich kann für niemanden voten hier, halt für niemanden. Es ist halt wirklich, und die anderen sind einfach so diese ekelhaften, garstigen Stereotypen mit Drogen und Sex und all dem. Und vor allem die Art und Weise, die spielen, die Rahmenhandlung ist auch mit halt, oh, wir spielen diesen Farbkampf zwischen den beiden Städten. Also auch diese Rivalität der Städte. Und wie das von dem einen hochgehypt wird, als wäre das der amerikanische Unabhängigkeitskrieg, das ist, das ging mir so gegen den Strich. Ja. Halt dieses, ja, zerstört sie! Ja, das ist, äh, das ist wirklich so ein bisschen, bisschen schade alles. Aber das ist, das ist so das Einzige, was bei mir so bei Fear Street hängen geblieben ist, so. Das gibt's halt diese ganze, es ist halt immer sehr so Shady Vils, äh, Shady Vils, ne. Doch. Shady Sides. Shady Sides. Äh, Sunny Vale oder so. Genau. Das ist halt immer so diese, gab's immer halt schon. Aber, ja, ich kann verstehen, was du meinst mit, das ist, äh, too much. Oh ja, furchtbar. Jetzt haben wir fast, fast zu lang schon über diesen Film geredet. Deswegen, ähm, wie viele Mörderechse würdest du dem Film verleihen? Mit wie vielen Mörderechsen würdest du den Film zerschlagen? Ich will immer sagen, ja, der verdient nicht mal die ganze, 0,5 von 5 kriegt das von mir, weil ich fand die tatsächlich noch schlimmer als den ersten. Ja, okay, ich bin ein bisschen wohlwollender, was, was Bewertungen angeht. Ich hab nicht direkt gedacht, boah, ich hätte, ich will den Film jetzt, äh, aus meinem Gedächtnis löschen und am besten will ich Netflix verklagen für die zwei Stunden, die ich da geguckt habe. Deswegen, ich ergeb dem tatsächlich drei Mörderechse von. Oh hey, das ist eine gute Idee, das sollte ich versuchen. Ja, das, äh, hab ich mir schon bei vielen Filmen gedacht, aber mal gucken, ich glaube nicht, dass man damit durchkommt. Also ich, ich weiß ja auch nicht, weil du hast es ja auch nicht oft, dass eine Regisseurin, ähm, so, so eine Art von Slasher macht und das ist halt nicht, nicht unkompetent produziert und das ist auch nicht schlecht gespielt, ich mag nur die Figur nicht, aber dieser Film wieder auch lingert, also wieder einfach auch so drauf hält in Oberzeitlupe auf einigen der Kills und das hat so etwas fürchterlich, äh, fetischartiges und das ist einfach so geschmacklos. Ich fand einfach, all diese beiden Filme waren auf ihre Art einfach unfassbar geschmacklos und ich schnalle einfach nicht, wie jemand das filmen kann und sagt, ja, ja, ist gut so, ne? Das, das thematisch passt das. Also, äh, und ich hab jetzt null, ich hab jetzt noch viel weniger Hoffnung, die zeigen den Teaser für den dritten Film, das wird eine Katastrophe, also das, das wird richtig scheiße, das erwarte ich jetzt schon. Ja, ich bin sehr gespannt, sagen wir es mal so, ich bin hoffnungsvoll, dass, äh, dieser dritte Teil das alles zusammenführen wird und vielleicht aus, äh, den Einzelteilen ein großes Ganzes macht und, äh, ob das tatsächlich so sein wird, werden wir bei der nächsten Besprechung dann, äh, rausfinden. Äh, vielen Dank, Lasse, dass du dabei warst, ich bin Nina und, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Da steht ein Pferd auf dem Flur, ist ein sehr bekannter deutscher Schlager, hat aber mit dieser Besprechung nichts zu tun, ich würde den Songtext eher umdichten wollen in, da steht eine Kuh auf dem Floß und damit herzlich willkommen zu unserer Besprechung zu First Cow, dem neuen Film von Regisseur und Kelly Reichert, der seit 9. Juli exklusiv bei MUBI zu sehen ist. Ich habe ihn gesehen und, äh, es freut mich sehr, dass ich nicht der Einzige mit der gesehen hat, der Paul hat ihn auch gesehen, hallo Paul. Howdy's do. Howdy. Das ist eine wunderschöne Überleitung, denn First Cow ist keine Dokumentation zum Thema Landwirtschaft und Kuhzucht, sondern es ist ein, ja, ein Western. Und worum es in diesen Western geht, das kannst du uns eben kurz erklären, Paul. Wir befinden uns im Nordwesten der Vereinigten Staaten Anfang des 19. Jahrhunderts und verfolgen ja quasi ein Stück weit das Leben des Außenseiters Cookie, der irgendwann einem Fremdländer namens Kingaloo begegnet und zwischen diesen beiden Männern entwickelt sich so nach und nach eine Freundschaft. Und diese Freundschaft baut irgendwie auf einer gemeinsamen Geschäftsidee auf, der Verkauf von süßen Ölgebäcken. Und um diese Ölgebäcke quasi zuzubereiten, braucht es ja ein paar Zutaten, zum Beispiel auch Milch. Und diese Milch beziehen sie von der einzigen Kuh der ganzen Gegend, die einsam auf dem Gelände des Chief Factor's grast. Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ja gesagt, es ist ein Western und wer jetzt schon bei der Synopsis aufgepasst hat, wird erkennen, das klingt aber nicht nach Western und der Film sieht auch nicht aus nach einem klassischen Western. Es finden sich dort nicht diese typischen Tropen, es gibt keine Revolverhelden, es gibt keine Shoutouts, es gibt keine Salonschlägereien. Naja, fast, eine kleine gibt's. Es gibt schon eine und ich finde, das ist eine wunderschöne Szene, weil die sehr deutlich macht, worum es Regisseurin Kelly Reichert eigentlich geht. Wir sehen, wie Cookie in eine Art Saloon kommt, der auch ganz anders aussieht, wie das, was wir uns vorstellen. Das ist im Prinzip nur ein Bretterbude mit ein paar Stühlen und da streiten sich dann zwei Herren und einer dieser Herren hat ein kleines Baby. Und er drückt das Baby dann Cookie in die Hand, um nach draußen zu gehen, um sich zu prügeln. Und das Interessante war, für mich zumindest, dass die Kamera bei Cookie blieb und dem Baby und diese Prügelei bekommen wir nun ganz schemenhaft am Rande mit. Und das ist schon ein sehr eindeutiges Statement, worauf sich dieser Film eigentlich konzentrieren möchte, nämlich auf das, ich sag mal, auf das Menschliche, aber auch eben auf die Hauptfiguren King Lou und Cookie. Ja, definitiv. Für mich war es so ein Film, der sich aus verschiedenen Aspekten zusammengesetzt hat. Irgendwie auf der einen Seite haben wir schon mindestens dieses Western-Setting, ja. Und ich finde auch, dass gerade mit diesen Bauten, also das sah alles richtig schön dreckig aus und diese Zelte, wenn dann dort waren, die waren schräg und die waren krumm und das sah alles sehr, sehr authentisch aus. Dann hast du so einen, ja fast schon so ein bisschen humorvollen Buddy-Movie zwischen diesen beiden Männern, zwischen denen sich durchaus eine glaubhafte und auch eine etwas tiefere oder ernsthaftere Freundschaft entwickelt. Dann kannst du hier auch eine gesellschaftskritische Parabel draus ziehen, beziehungsweise hast du dann auch noch diesen kleinen, ja diese kleine historische Backstunde, nenne ich es mal, die mir zumindest schon das ein oder andere Mal so ein bisschen das Verlangen nach auch so einem Gepäckstück entfacht hat, oder? Ah, da würde ich ehrlich sagen, also dieses Ölgebäck, das sah für mich immer aus wie Steine, die sie aus dem Bach gefischt haben. Was? Das sah sehr lecker aus. Ich hätte mich am liebsten in diese Schlange da gestellt. Also die ersten Krapfen, sag ich mal, die sie da verkaufen und die sie dann auf diesem Marktpfeil bieten, das sah für mich aus wie Steine wirklich. Was? Das nimmt natürlich an Qualität zu, aber ich glaube, der Look des Krapfens ist jetzt glaube ich hier nicht so ausschlaggebend, aber ich fand zwei Sachen bei First Cow wirklich großartig. Das eine ist, wie von dir eben angesprochen, die Beziehung zwischen Cookie und King Lou. Wo ich auch irgendwie das Gefühl hatte, dass die Regisseurin da vielleicht gar nicht so sehr eine Freundschaftsgeschichte erzählt, sondern fast schon eine wirkliche richtige Beziehung. Also die werden niemals körperlich, das ist jetzt kein Brokeback Mountain, aber irgendwie schafft sie es, ohne dass die beiden wirklich viel Körperkontakt haben, dass sich da fast schon so eine Art, so ein zärtliches Band zwischen denen entspinnt. Das fand ich sehr faszinierend. Und das andere, wo ich wirklich sage, Chapeau, das hat sie auch ganz großartig hinbekommen, ist die auch von dir eben erwähnte Parabel. Ich hatte das Gefühl, dass First Cow das Thema Kapitalismus so sensationell gut beleuchtet und darstellt, wie ich es seltenst vorgesehen habe. Sie macht das mit so viel Fingerspitzengefühl oder sie macht das also mit natürlich in erster Linie genügend Ruhe und aber auch mit einem ganz feinen Sinn eben diese Themen wie zum Beispiel Ausbeutung oder Rassismus oder eben so alles, ja, das alles mit einfließen zu lassen. Und dann haben wir natürlich auch noch einen tollen, wie ich finde, Tobi Jones in der Hauptrolle des Chief Factors, der irgendwie auch wieder mal richtig eine schöne, unbequeme Performance abliefern kann. Und allgemein alle Schauspieler, die hier nebenbei noch auftauchen, die passen einfach wunderbar hier rein. Das ist richtig, richtig toll. Ja, es gab eine Szene, da war ich total überrascht von mir, dass mir die so zu Herzen geht. Aber man sieht halt einmal, verkaufen sie halt wieder ihre Krapfen auf diesem Markt und sie haben nur noch einen Krapfen übrig und er ist so ein etwas jüngerer Kerl und da drängelt sich halt so ein alter Typ vor und dann bekommt der Jüngere keinen Krapfen mehr. Und wie er dann da steht, das hat mein Herz zerrissen. Ich dachte mir, meine Güte, warum? Ja, das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass natürlich neben diesen Szenen, die jetzt vielleicht, die klingen sogar manchmal so ein bisschen amüsant und das sind sie auch manchmal, vor allen ist auch, zumindest für mich, auch dann durchaus spannend, wenn dieses Fälle quasi entsteht zwischen, ja, wir zweigen hier illegal die Milch von der Kuh ab und gleichzeitig sollen wir für den kochen, äh, sollen wir für den backen und so weiter und dann gehen sie auch zu dem Chief Hector in seinen Anwesen und so. Und da herrscht schon so eine ganz feine Spannung und sowas habe ich auch lange nicht mehr gesehen in einem Film. Ja, das stimmt. Also die Kelly Reichardt hat da wirklich sehr Großartiges geleistet, weil dieser Film ist sehr ruhig erzählt. Das ist ein fast schon oder teilweise wirklich elegischer Film. Aber ich finde, das steht dem perfekt. Da entwickelt sich so eine Kraft. Und durch diese Ruhe gibt es so Kleinigkeiten, die dann erst so richtig auffallen. Weil zum Beispiel, wenn die Kuh halt in diese, diese Gemeinschaft kommt, also mit diesem Floß da ankommt, wie die Musik das dann so fast schon zelebriert, da steht halt diese Kuh auf diesem Floß und die Musik, äh, da wirkt das fast schon so, als wäre da, als würde Queen Elizabeth persönlich zum, zum Tee vorbeikommen. Großartig. Ja, gut. Dann könnte ich sagen, wir können auch schon zu unserem Fazit kommen, oder? Äh, ja, sehr gerne. Ich würde sagen, wir vergeben natürlich Ölgebäcke. Oh. Ja, also mir hat First Cow sehr gut gefallen. Ich hatte mich auch schon im Vorfeld wirklich auf diesen Film gefreut und bin nicht enttäuscht worden. Enttäuscht bin ich höchstens davon geworden, dass er bei den, die Serien-Oscars so komplett leer ausgegangen ist. Also er war nicht mal, also er war nicht mal nominiert oder, also das, ja, keine Ahnung. Ich mochte die Atmosphäre, ich mochte, dass diese Bögen zum Heute steht, sei es nun eben auf metaphorische Art und Weise oder auch im Prolog schlägt er den auch. Und noch ein ganz kleines Schmankkerl für alle Star Trek-Fans. Hier gibt es nämlich den letzten filmischen Auftritt des Odo-Darstellers, besser bekannt vielleicht aus Star Trek Deep Space Nine. Ich habe ihn erst nicht erkannt, aber ich habe ihn dann extra nochmal zurückgespult und ihn mir angeschaut. Und es war noch so ein kleiner Wermutztroff. Und ich bin jetzt fast schon bei einer höheren Wertung, als ich ihm eigentlich vorher geben wollte. Ich schwank jetzt tatsächlich zwischen vier und viereinhalb von fünf, weil ich den wirklich sehr gut fand. Okay. Ich kann mich da eigentlich nur anschließen, außer das mit dem Star Trek, da kenne ich mich hinaus. Ich kann dafür sagen, dass Ewan Bremner, bekannt als Spud aus dem Trailsporting-Film, auch mitspielt. Das heißt, da konnte ich mich dann kurz freuen, ein bekanntes Gesicht wiederzusehen. Ansonsten möchte ich noch erwähnen, dass der visuell stark ist. Der hat ein sehr grobes Filmkorn, was dem Film aber auch ausgezeichnet steht. Und für mich bislang, ich überlege gerade, ja doch, bislang wirklich der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Und ich gebe 4,5 Ölgebäcke. Und damit war es das. Sehr gut. First Cow. Ich glaube, wir können festschalten, guter Film. Ja. Ich finde, diese euphorische Note ist immer ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Deswegen sage ich Tschüss und Paul Digge, bitte das letzte Wort. Wer noch bei Mubi dranbleiben will, der kann nämlich im Anschluss des Films sogar noch ein Interview mit der Regisseurin mitnehmen. Das gibt es bei Mubi exklusiv noch mit hinten dran. Und damit sage ich auch Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Wir haben hier heute einen Beitrag für alle Hundeliebhaber. Und wenn ich wir sage, meine ich einmal die Britmarie. Hallo. Hallo. Und ich bin der Nick. Und wir haben uns angesehen Los Reyes. Ein Dokumentarfilm, deutsch-geländische Co-Produktion für euch ab jetzt in ausgewählten Kinos. Ist eine eher eine Independent-Produktion, von daher wahrscheinlich nicht in jedem Cineplex. Worum geht es? Einmal die Britmarie, bitte. Los Reyes, übersetzt die Könige, ist die Geschichte von zwei Hunden und zwar von Football und Chola, die in dem ältesten Skatepark der Hauptstadt Santiago leben. Und dieser älteste Skatepark heißt eben auch Los Reyes. Und man beobachtet sie, wie sie eben dort im Schatten liegen oder trinken oder spielen oder es sich gut gehen lassen. Also die leben da im Grunde wild. Und die beiden Hunde werden also in dieser Dokumentation beobachtet. Ja, im Hintergrund eher und nicht zu sehen sind Jugendliche, die diesen Park halt auch nutzen. Da verfolgt man dann quasi immer aus dem Off heraus ihre Stimmen oder beziehungsweise sie sind im Off und man hört zu ihr, wie sie über ihre alltäglichen Themen sprechen. Also was sie so belastet oder was sie erfreut. Was halt Jugendliche in Santiago de Chile so allgemein wohl um sich treiben. Und in diesem Viertel vor allen Dingen auch, dass ja auch ein, sagen wir mal, mehr ein Ghetto, also mehr ein schlechteres Viertel ist es so. Also Drogen, Banden, Kriminalität etc. Ja, das lässt sich aus den Dialogen der Jugendlichen ganz gut rauslesen. Also man hat da jetzt nicht, glaube ich, die großen Sympathieträger, wenn man jetzt nicht vielleicht auch in diesem Milieu ja selber unterwegs ist. Aber das ist schon manchmal schwierig anzuhören. Aber vielleicht auch irgendwo natürlich normal, denn die Menschen sind ja auch nur in diese Welt hineingeboren. Der Film ist ja eigentlich mehr so eine Art Zufallsprodukt. Also in einem Interview haben die Regisseure mal gesagt, dass sie eigentlich einen Reihenfilm über die Jugendlichen machen wollten. Das hat aber wohl nicht so ganz funktioniert, auch weil man gemerkt hat, wenn man den Fokus auf die Jugendlichen legt, dann halten sie sich nicht natürlich. Und das hat man hier ganz gut ausgetrickst, da sie eben ja selber nicht zu sehen sind. Oder zumindest nicht zu sehen, wenn sie über Themen sprechen. Die, die dann die Dialoge halten, sind ja quasi anonym. Ja, also das war wohl ein schöner Nebeneffekt. Aber ich meine, der Film erzählt, vielleicht kann man grob überspannt sagen, erzählt vielleicht die Geschichte von Außenseitern. Vielleicht kann man es dann so zusammenfassen. Denn es geht schon um die Hunde im Mittelpunkt. Also die Jugendlichen, die ihre Gespräche da führen und die man quasi im Off hört, gehören dann mit zu diesem Kosmos der Hunde dazu. Und das wird sozusagen als Filmemacher, als Publikum wird es noch mitgenommen. Aber es geht eigentlich nicht um die Jugendlichen, finde ich. Nee, nee, das war auch eher, was ich sagen wollte, ist, das war der ursprüngliche Gedanke. Also ursprünglich hatten die Regisseure nicht vor, die Hunde zu filmen. Und das ist passiert, als man dann gemerkt hat, dass das eigentliche Konzept nicht ganz aufgeht. Daran ist die Doku auch schon fast gescheitert. Und dann sind sie wohl nochmal in diesen Park gegangen, haben dann diese Hunde dort entdeckt, den Fokus draufgelegt und die Regisseurin, die war wohl sofort verliebt in diese Idee. Und am Ende des Tages, also nach Ende der Produktion, ist der Film dann tatsächlich mit dem Fokus ganz klar auf die Tiere entstanden. Aber ursprünglich war es wohl genau anders. Und davon hat der Film aber, finde ich, sehr profitiert. Geht, finde ich, aber ein bisschen zu lang. Und das sage ich als jemand, der... Ärgendhaft. Ja, ich fand schon. Ich gucke den Hunden unheimlich gerne zu. Der geht ja nur eine Stunde 15. Und reine Spielzeit ist vielleicht nur so eine Stunde 10 oder so. Ja, das stimmt. Ich bin da bei der Meinung, so eine Doku hat ja oftmals so 45 Minuten. Also nicht alle natürlich. Es gibt auch viele 90-Minuten-Dokus. Aber so sehr ich es mag, Hunden zuzugucken, und ich finde, der Film hat unheimlich schöne Schnappschüsse. Also es gibt da so viele Momentaufnahmen, die man sich super, wenn man natürlich auf Hunde steht und dieses Motiv mag, die man sich irgendwo an die Wand hängen kann. Aber nach einer Stunde dachte ich mir so, okay, also dafür ist es vielleicht doch ein bisschen zu viel Bildsprache. Ich bin da völlig anderer Meinung. Tatsächlich bin ich normalerweise die Erste, die schreit, das Ganze hätte eine halbe Stunde kürzer sein können oder 45 Minuten kürzer. Denn das finde ich ist oft der Fall. Hier fand ich es tatsächlich genau richtig. Also ich war weder gelangweilt noch dachte ich, es ist zu lang. Ich bin also ganz zufrieden mit der einen Stunde 15. Aber ja, also das ist natürlich, in dem Film passiert ja im Grunde auch nichts. Also man beobachtet zwar diese zwei Hunde, die in diesem Park auch leben, aber die leben da halt. Also die sitzen in der Sonne oder im Schatten, kauen an was rum, jagen einen Ball hinterher und man kann sich denken, dass das ein bisschen langweilig ist. Aber ich finde, der Reiz des Filmes entsteht ja dadurch, dass du ja im Grunde durch die Beobachtung der Hunde ja eigentlich diesen Mikrokosmos des Hundes beobachtest. Also du beobachtest den Hund und gleichzeitig beobachtet man ja aus der Perspektive des Hundes auch heraus. Und das ist auch so ein bisschen das, wofür wohl die zwei Regisseure, also Bettina und Ivan, wofür die wohl bekannt sind. Zumindest hatte ich das nachgelesen, denn die haben jetzt insgesamt wohl acht Dokumentarfilme gemacht und sind so ein bisschen sehr experimentierfreudig unterwegs. Und das ist wohl in diesem Film auch so, dass sie also versuchen, erstmal nur über Bilder zu sprechen. Das heißt, wir haben hier keine Stimme, die aus dem Off irgendwie irgendwas erzählt oder so oder eine Erklärung drüber liegt, sondern wir haben wirklich nur die Bilder und eigentlich auch nur die normale Tonkulisse des Parks. Also wir haben auch keine extra Musik oder so, die besonders Gefühle transportiert. Das finde ich eigentlich ehrlich gesagt sehr gut. Und was sie aber auch machen ist, sie fangen Bildkompositionen ein, die das Ganze entweder ganz weit und aufmachen, also quasi die, indem man den ganzen Park sieht oder aber kleine Bilder, in denen sie wirklich ganz nah ran zoomen und irgendwie nur die Tatze ran zoomen oder die Fliege auf der Nase oder so. Also das sind schon unterschiedliche Perspektiven, die man da kriegt. Und ich finde, das macht es eigentlich spannender und eben gerade nicht langweilig. Also ich würde den Film auch nicht als langweilig bezeichnen. Ich bin halt nur der Meinung, dass ich hatte mich dann so nach 45 Minuten schon so ein bisschen satt gesehen, finde aber grundsätzlich, also grundsätzlich stimme ich dir zu bei den Argumenten, die du für den Film vorbringst. Aber wie gesagt, dieses Argument mit der Länge oder beziehungsweise dieser Aspekt der Filmlänge bleibt für mich trotzdem bestehen. Also ich finde zum Beispiel auch, was du finde ich sehr treffend gesagt hast, ist, wie hier mit Bildern und Bildkompositionen gearbeitet wird, dass man nämlich aus diesem ganz kleinen Fleck, der eigentlich in einer 5-Millionen-Stadt schon fast, ja, unbedeutend ist, vielleicht nicht für die Jugendlichen vor Ort, aber so, wenn man das Ganze in Relationen sieht und trotzdem in dieser Doku, wie eine ganze Welt aufgebaut wird. Und das ist ja auch die Welt dieser Hunde. Und ich finde auch, dass das rein als Regiearbeit unheimlich stark ist. Und ich glaube, wer auch Hunden sonst stundenlang pausenlos zugucken kann, bekommt hier mal noch eine Art und Weise, auch sehr bildlich, visuell stark dargestellt, die man so, glaube ich, sehr selten zu sehen bekommt. Und am Ende fühlt man sich irgendwie auch so, ich weiß jetzt nicht verbunden, ob das das richtige Wort dafür ist. Was es ganz gut getroffen hat, ist, ich glaube, ich habe das gleiche Interview gelesen, das du auch gelesen hast, da kam ein Satz vor, wo ich dachte, der trifft es sehr schön, da stand nämlich, aus Beobachtung wird Anteilnahme. Ja, das bedeutet für die Gesamtpunktvergabe am Ende, was würdest du sagen? Also ich würde schon sagen, so vier von fünf zerkauten Fußbällen. Ja, ich würde dem Ganzen auch vier Punkte geben. Mit starker Tendenz zu fünf, aber vier Stück auf jeden Fall. Ja, dann habt ihr jetzt unsere zwei Meinungen, macht euch gerne selbst ein Bild. Britt-Marie, vielen Dank auch für deinen Anteil und dann entlasse ich euch mal und hoffe, ihr habt auch ganz viel Spaß mit dem Film. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Sven und heute gibt es Frischfleisch. Der Tele-Stammtisch begrüßt ein neues Mitglied, Andreas 3.0. Dieser hat sich als kleine Feuertaufe, der Knecht, einmal Mittelalter und zurück angesehen. Das ist ein russischer Film aus dem Jahre 2019, eine FSK ab 12. Die Laufzeit beträgt 100 Minuten. Als Schauspieler hätten wir Milos Biković, Aleksandra Bortic, Aleksandr Sammolenko und Regie führte Klim Schipenko. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, dürft ihr mich gerne rüden. Aber bevor wir zum Inhalt kommen, möchte sich der Andreas 3.0 ein bisschen vorstellen. Schieß los. Jawohl, hier ist noch ein Andreas. Eigentlich Comic-Fan. Der eine oder andere kennt mich vielleicht von POW, ein Comic-Podcast. Und hier in diesem Podcast habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einer weiteren Leidenschaft zu widmen. Und zwar filmen und darüber zu reden. Und das freut mich total. Und ich bin gespannt, was hier so auf mich zukommt. Wunderbar. Sehr schön. Ja, dann erzähl uns doch mal etwas zu Der Knecht. Um was geht es denn? Es geht um Gregori. Der ist Oligarchensohn von Beruf und verbringt quasi seine Freizeit in Nachtclubs und mit schnellen Autos und wirft mit dem Geld seines Vaters um sich. Sehr respektlos ist er dabei anderen Menschen gegenüber. Sieht Frauen nur als Objekte an. Und eines Nachts wird er dann von der Polizei angehalten, weil er mal wieder zu schnell durch Moskau düst. Und er muss feststellen, dass der Polizist gar nicht bestechlich ist, was ihn vor eine ganz neue Situation stellt. Daraufhin wird er mit zum Polizeirevier genommen und sein Vater muss ihn da halt rausholen. Der Vater, lernen wir dann, hat genug von der ganzen Situation, da er das wohl schon öfter machen musste. Und beschließt eine, ich sag mal, Verbesserung herbeizuführen bei dem Sohn. Und zwar mit einem sehr perfiden Plan. Er holt sich Hilfe und die bauen ein Mittelalter-Dorf auf und verfrachten den Sohn dahin. Und er wacht auf und glaubt, er ist im Mittelalter und ist jetzt ein Stalljunge dort und muss knechten und für alles, was er haben will, wirklich viel arbeiten. Im Hintergrund sitzt der Vater mit einigen Freunden und die beobachten alles mit Drohnen und Kameras und lenken dieses Theaterspiel so ein bisschen so, auf das der Sohn sich bessert und zu einem besseren Mensch wird. Das ist so der Kern der Geschichte. Okay, die Idee kommt mir bekannt vor. Also ich habe nur den Trailer gesehen und da kam mir als allererstes tatsächlich der Gedanke einer russischen Variante von der Truman Show ins Gedächtnis. Ist es so in der Art Truman Show, ach eher Dramedy oder ist es eher Comedy oder ist es was ganz anderes? Es möchte mehr Comedy sein. Es ist auch ganz klar auf diesen Fokus angelegt, ob es gelingt oder nicht, muss ja jeder für sich entscheiden. Humor ist recht individuell. Es lebt halt sehr davon, diesen reichen Schnösel immer wieder in den Matsch fallen zu lassen. Ansonsten klar, also diese Idee, dass wir haben ein Leben, wir filmen das, ist sehr aus der Truman Show. Obwohl bei der Truman Show ja das Ergebnis ist, man möchte das nur beobachten. Und in diesem Film ist es, man hat so ein Endergebnis. Man möchte einen besseren Menschen aus ihm machen und hat sich einen zeitlichen Rahmen dafür gesteckt. Aber ansonsten klar, die Idee ist ganz klar da entlehnt, ja. Okay, wie ist es so vom Setting her, von der Kamera her, ist es gut gemacht oder geht es eher so in C-Kategorie? Nee, das ist so das Positivste, was mir aufgefallen ist. Das Kulissenbild ist sehr schön. Das hat richtig gut funktioniert. Gerade die Lichtsetzung ist sehr schön. Man kennt das vielleicht sonst aus günstigeren Produktionen, dass man das Gefühl hat, die ganzen Schauspieler stehen gerade unter einem Scheinwerferlicht. Weil alles so hell ist und drumherum ist natürliches Licht, nur nicht da, wo die Schauspieler stehen. Das hat sehr gut funktioniert. Und gerade die Kameraarbeit ist mir positiv aufgefallen, weil wenig Schnitte vorhanden sind und viele durchgehende Kamerafahrten sind, was ich persönlich sehr gerne mag. Gerade am Anfang gibt es so eine Sequenz, wo die eine Treppe runterlaufen und unten ein Gespräch führen. Und das ist eine durchgehende Sequenz, die nicht geschnitten ist und wo der Kameramann gut draufhält. Das hat mir sehr gut gefallen. Also handwerklich, was das filmische Handwerk geht, ist das nicht bemerkenswert gigantisch, aber es ist gut gemacht. Das hat mir viel Spaß gemacht, ja. Okay. Also ich bitte... Ja? Ja, nee, sprich. Was mir nicht so gut gefallen hat, weil ich ja gerade davon gesprochen habe, was mir gut gefallen hat, ist so ein bisschen... Das Problem war für mich, die Hauptfigur war die, die am... Also wo die schauspielerische Leistung am wenigsten rübergekommen ist, was aber glaube ich nicht am schlechten Schauspieler liegt, sondern daran, wie die Figur angelegt ist. Die Figur ist sehr zweidimensional, sehr stumpf angelegt. Auch die Dialoge mit ihm sind oft sehr hölzern, weil die so ein bisschen wie aus dem Regiehandbuch kommen. Ah, du möchtest, dass der Zuschauer versteht, dass der doof ist, dann lass ihn diese fünf Dinge sagen. Und so ungefähr läuft das auch ab. Aber alle Figuren drumherum sind halt viel komplexer, haben auch wirkliche Konflikte in ihrem Leben, weswegen die Hauptfigur so ein bisschen hölzer und stumpf daherkommt. Das Drumherum ist aber viel, viel schöner und viel schicker. Das ist, glaube ich, so die größte Schwäche, die der Film hat. Halt diese nicht greifbare und ein wenig platte Hauptfigur, die da geschrieben wurde. Oh, okay. Was mir so ein ganz klein bisschen, weil ich dann ein paar Kritiken noch gelesen habe, mir so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, ist bei so einer Art von Commute dann auch, also, oder, naja, Dramedy, oder, ne, die Message des Films. Weil es hört sich ja eher nach einer Unerziehung an, als jemandem seine Fehler aufzuzeigen. Absolut. Also, das ist die eine Seite. Also, wenn dieser Film wirklich eine Message hat, weil selbst in dieser Thematik geht er nicht in die Tiefe. Es gibt so einen Moment, zack, ab dann greift dieses ganze Konstrukt natürlich drumherum und wirkt sich auf eine bestimmte Art und Weise auf diesen jungen Mann ein. Aber das wird nicht tief auserzählt. Also, ja, diese Message ist da. Die Message ist, wenn du oft genug in den Matsch fällst, wirst du vielleicht irgendwann nett oder änderst du dich. Das ist nicht sehr schön. Aber das wird auch nicht sehr tief ausgeschürft. Also, das soll die Grundthematik dieses Films sein. Aber eigentlich sind das fast zwei Stunden einfach nur Unterhaltungskino, der überhaupt nicht in die Tiefe gehen will, der dir auch, glaube ich, gar keine Message so wirklich mitgeben möchte. Also, reine Unterhaltung, ja, wie du schon gesagt hast. Genau, reine Unterhaltung. Und ich glaube, als das muss man diesen Film auch begreifen. Man darf da nicht zu viel erwarten. Das war die erste russische Produktion, die ich bewusst auf jeden Fall geguckt habe und war aufgrund der handwerklichen Fähigkeiten auf jeden Fall positiv überrascht. Ich glaube, wenn man sich den Trailer anguckt, hat man ein sehr gutes Bild, was man da bekommt. Und wenn man das anspricht, kann man sich den Film auf jeden Fall ganz gut angucken. Wunderbar. Sollen wir gleich zur Bewertung kommen? Oder hast du noch irgendwas anzumerken? Nö, ich glaube, das ist so das Wichtigste, was man zum Film sagen kann. Ich würde dann drei von fünf Peitschenhieben geben als Genre-Wertung. Wenn man das als kompletten Film betrachten möchte, wären es vielleicht zwei von fünf. Aber in seinem Genre funktioniert er schon ganz gut. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, machen wir die Kiste auch schon wieder direkt zu und verabschieden uns und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Film und das Schlusswort hat Andreas 3.0. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen beim Tele-Stammtisch. Wir haben einen Film gemacht, der Architekt Madrid. Alles schon ein paar Jahre her. Und jetzt halt den Film Sisters Apart, wie er im Original heißt. Ja, erzähl mal, worum geht's? Wir sehen die in Deutschland lebende Rochda, die ihre Mutter aus einem Flüchtlingslager abholt, weil sie gerade aus dem Irak angekommen ist. Und dabei erfährt sie, dass ihre Schwester nicht mitgekommen ist. Die Familie sind kurdische Abstimmungen, die im Irak leben. Das heißt, es ist also Konfliktpotenzial und da deren Dorf, deren Heimatdorf angegriffen wurde, hat sich die Schwester Dilan dazu entschlossen, sich den Peschmerga-Streitkräften dort anzuschließen. Das sind die kurdischen Streitkräfte. Rochda ist zufällig bei der Bundeswehr, weil sie eben schon seit kleines Kind in Deutschland wohnt und lässt sich dann kurzerhand nach Erbil im Irak versetzen, um dort als Vermittlerin dann dabei zu helfen, die Peschmerga-Truppen mit auszubilden, was die Bundeswehr dort tut. Und auf die Art dann herauszufinden, wo ihre Schwester verblieben ist und ob sie sie nicht überzeugen kann, zurück nach Deutschland zu kommen. Ja, okay, alles klar. Ich habe den Film nicht gesehen, deswegen, wir machen das als ganz kurzes, schnelles Interview. Es ist halt, es ist kein Riesen-Kino-Erlebnis, so habe ich das schon mal im Vorfeld von dir gehört. Es ist ein deutscher Film, da habe ich recht. Ja, genau. Genau. Ist es denn, es tut mir immer so ein bisschen leid für den deutschen Film, weil da gibt es tolle Filme. Ist es denn so einer, wo man sagt, okay, das ist typisch deutsch? Merkt man dem das an? Gerade die Dialoge sind ja oft leider immer noch so ein bisschen schwierig, Hölzern und wirken eher so ein bisschen konstruiert und vorgelesen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, also du meinst auch dieses voll ausartikulierte Bühnendeutel, das haben wir hier so in dieser Form nicht ganz. Es tritt immer wieder auf, weil Christoph Ledkowski ist halt, also kennt man so ein bisschen in vielen Nebenrollen oder so, also ich zumindest. Und ja, da schwingt es natürlich mit, aber es ist nicht ganz so wie in anderen deutschen Filmen. Also es ist schon erträglich. Ich schätze, es liegt eben daran, dass wir auch viele mit anderen Hintergründen haben, also andere Ethnien und so, dass es dadurch halt generell ein bisschen anders aufbricht. Das ist doch, das klingt ja schon mal ganz, ganz gut, weil das ist halt was, was leider immer so ein bisschen stört. Im Trailer, den habe ich mir im Vorfeld natürlich angeguckt, da sieht man aber auch, dass wenn die in ihrer, wenn sie nicht deutsch sprechen, ist das Ganze untertitelt im O-Ton quasi. Genau. Das hilft wahrscheinlich, dass es ein bisschen authentischer ist, ein bisschen auflockert. Ja, klar. Also es ist schwer anders darzustellen, aber es ist natürlich, es wird quasi jeweils dann so eingeführt. Nachher auch im Irak, wenn wir mit den Peschmergas zu tun haben, das ist eine reine Frauentruppe in diesem Fall, die da mit ausgebildet wird. Die sprechen anfangs natürlich mit diesem Untertitel in ihren Original, in ihrer Originalsprache, aber das bricht nachher so ein bisschen auf, was ja dann auch einfacher zu konsumieren ist. Also das ist jetzt nicht so, dass man die ganze Zeit Untertitel lesen muss und selbst wenn, sind das relativ einfache Sätze, weil hier ja kein Riesenplot oder kein Rieses Worldbuilding betrieben werden muss. Insofern, ja, es hält sich in Grenzen, ja. Ist das eher so ein, sie sucht im Geheimen die Schwester oder ist es wirklich ein Kriegsfilm, weil ich sehe tatsächlich gerade, ich habe nochmal nachgeguckt, FSK 12, Krieg, Gefangennahme und irgendwelche Terrorgruppen oder sowas in die Richtung. Ist wahrscheinlich schwierig, ist wahrscheinlich nicht so der Gewaltgrad, muss es ja auch nicht sein, aber für die Authentizität, verdammt mich nochmal, ist das ja gerade im Kriegsgenre immer ein bisschen schwierig. Wie ist das, wie ist das dargestellt vom... Es hält sich in Grenzen, es hat seine Spitzen, ganz klar. Es gibt eine Auseinandersetzung, so gerade in der zweiten Hälfte dann, die dann quasi auch fast sowas wie, ja, eine Kriegsszene darstellen soll. Es werden aber im Vorfeld halt eher die Folgen des Krieges in diesem Land, also in der Landschaft dort und so gezeigt. Ich schätze mal eher, dass es darauf mit abzielt. Ich sehe sie als gerechtfertigt an ab 12, aber trotzdem muss man sagen, hier wird wirklich, also es ist sehr, sehr low, was hier auch abläuft, sowohl schauspielerisch als auch darstellerisch. Also man hat manchmal das Gefühl, dass der Irak irgendwo bei einer Kiesgrube realisiert wurde oder so, also wirklich sehr, sehr low. Ich weiß halt nicht, wie weit sie irgendwie im Ausland waren für Filmarbeiten. Das ist, es ist schlecht. Man sieht auch nie wirklich Gegner. Das ist, findet nachher alles in der Grund statt. Man sieht ein Mündungsfeuer, das ist alles. Die Figuren, die brechen aus. Ich meine, sie ist eine Frau, sie ist eine Soldatin und sobald das Feuer losgeht, ist sie einfach ein Mädchen, das nicht weiß, was sie machen soll. Und da finde ich, da haut irgendwas nicht hin. Okay, also es wird nicht das, was der Film, also es kommt nicht das rüber, was der Film eigentlich erreichen möchte. So, so klingt das jetzt. Ja, weil es alles auch, auch sehr platt ist. Auch die Peschmerga Kriegerinnen, die da sind, die kriegen keine Tiefe. Man kriegt für diesen eigentlichen Konflikt überhaupt kein Gefühl. Es hätte nicht mal kurdisch, irakisch dran stehen müssen. Es hätte irgendwas sein können. Diese Beliebigkeit, also das kann ich nicht verstehen. Warum? Weil es ist eigentlich, es wäre was Wichtiges, jetzt nicht nur die Geschlechterrollen aufzubrechen, sondern auch diesen Konflikt irgendwie den Leuten nahe zu bringen, dass man weiß, was heißt das überhaupt kurdisch und so. Aber die Chance ist nicht passiert. Die Bundeswehr wird zweidimensional dargestellt. Befehlsverweigerungen sind völlig egal und Ausbildung wird beim ersten Mündungsfeuer schon vergessen und so. Für mich muss ich sagen, haut das hinten und vorne nicht hin und leider versagt. Okay, dann muss ich auch nicht mal nach einem Fazit fragen, denn das war eins. Mhm, ja. Dann kannst du noch ein paar Sternchen vergeben und dann haben wir es auch schon. Also mit viel guten Willen bin ich bei zwei von fünf Punkten. Aber es geht eher in die gegenläufige Tendenz. Also vielleicht sogar 1,5. Tut mir leid. Ah, okay. Alles klar. Für den Film langt's. Dann danke ich dir. Gerne. Und dann machen wir hier Feierabend. Schönen Abend, schönen Tag, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Mach's gut. Ja. Ciao. Ciao. Cheers, liebe Leute und willkommen bei einer neuen Folge des Tele-Stammtisch. Ich bin Lida und bespreche für euch das portugiesische Drama Patrick, das am 15. Juli in den Kinos anläuft. Kudrib-Autor und Regisseur Gonçalo Waddington ist sonst als Schauspieler eher vor der Kamera aktiv und das merkt man seinem Regie-Debüt auch deutlich an. Nicht nur daran, dass Patrick ein typisches Schauspieler-Drama ist, das Darstellerinnen und Darstellern viel mehr Raum einbaut als der Atmosphäre oder der Entwicklung einer Handlung, sondern auch an den zahlreichen Logik-Lücken im Plot. Der strotzt nur so vor Widersprüchen und Absurditäten, dass es schon fast unfrauwillig komisch wäre, wenn der Film nicht so ein harsches Grundthema hätte. Es geht um Kindesmissbrauch. Patrick ist in diesem Kontext sowohl Täter als auch Komplize und Opfer. Wir lernen ihn kennen als junger Mann, der in Paris auf Kosten eines älteren Liebhabers ein exzessives Leben führt. Partys, Sex und Drogen bestimmen seinen ziellosen Alltag. Bei einer Polizeirazzia kommt allerdings zu Tage, dass Patrick eigentlich Mario heißt und als Kind entführt wurde. Jetzt steht er selber quasi mit einem Fuß im Gefängnis und was macht die Polizei? Ermitteln? Vielleicht Patricks Entführersuche oder gleich? Nein? Die Polizei schickt ihn zurück zu seiner Mutter nach Portugal, wo er eine Art Kurzurlaub verbringen kann. Patrick würde aber viel lieber zurückkehren zu seinem Entführer, zu dem er eine Art Abhängigkeitsverhältnis entwickelt hat. Seine Mutter unterdessen kommt überhaupt nicht zurecht mit diesem völlig fremden jungen Mann, der nichts mehr von dem kleinen Jungen, den sie damals verloren hat, an sich zu haben scheint. Wir als Publikum sind nun konfrontiert mit einem innerlich und äußerlich abstoßenden, völlig egrozentrischen und manipulativen Menschen, hinter dessen, wie wir annehmen müssen, Maske weder der Regisseur noch wir in irgendeiner Form schauen können. Die Handlung macht weder auf psychologischer noch auf kriminalistischer oder überhaupt nur dramaturgischer Ebene irgendeinen Sinn. Und auch die Atmosphäre leidet erheblich darunter, dass der Regisseur nicht weiß, was für eine Geschichte er hier eigentlich erzählen will und sich in keiner Form mit simplen, juristischen oder schlicht logischen Aspekten befasst hat. So kann sich dann auch das Figurendrama, auf das es hier angelegt zu sein scheint, nie wirklich entwickeln. Und wenn dann mal bestimmte Fragen aufgeworfen werden, etwa die, was einen Menschen zum Täter macht, ob man als solcher geboren ist, ob man dazu konditioniert wird oder ob es bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen sind, die einen dahin treiben, eine Frage, die hier naheliegend wäre, wäre ja, wäre Patrick ein anderer Mensch gewesen, wenn er damals nie entführt worden wäre? Oder wäre er das gleiche Arschloch geworden, das wir die ganze Zeit hier angucken müssen? Das scheint den Regisseur ab einem bestimmten Punkt nicht mehr zu interessieren. Und wenn er denn dahin zurückkehrt, dann offenbar nur, um seiner Geschichte eine Form von prätentiösen, einen pseudo-tiefgründigen Abschluss zu geben. Leider also kein vielversprechendes Debüt. Mr. Waddington bleibt vielleicht besser vor der Kamera, wenn es so aussieht, was er dahinter anstellt. Immerhin, die schauspielerischen Leistungen sind ganz solide. Viel rausholen lässt sich aus diesen völlig konturhaften, flachen Figuren allerdings nicht. Somit keine Empfehlung von meiner Seite. Aber die Kinos haben wieder auf und ihr werdet hoffentlich trotzdem hingehen, wenn auch nicht unbedingt in diesen Filmen. Das war's vom Tele-Stammtisch mit mir. Ich bin Lida und wir hören uns. Und wenn nicht, sehen wir uns im Kino. Ciao, ciao! Moin Moin und herzlich willkommen zum heutigen Tele-Stammtisch. Wir durften uns den Film Grenzland anschauen. Mit wir meine ich nicht nur mich, den Videothekanen Timo, sondern bei mir ist Luisa. Hallo! Grüße dich. Wir machen zum ersten Mal was zusammen, was wir heute festgestellt haben. Und wir hoffen, dass das nicht das letzte Mal ist. Genau. Ich schneie euch ein bisschen rein mit ein paar Fakten zu Grenzland. Das ist eine Dokumentation von Andreas Vogt. Ist aus dem Jahre 2020. Ist eine Co-Produktion neben der Produktionsfirma Missing Films des RBB und des MDR, die also da mitgewirkelt haben. Der Film startet am 8.7. im Kino, also im heutigen Donnerstag, wenn ihr die Folge in der Zukunft frühzeitig hört. Der erzählerische Bogen, den Vogt hier schlägt, der geht zurück auf seine eigene Dokumentation im Grenzland aus dem Jahre 1992, wo er also damals schon sich um den Zusammenbruch des Ostblocks gekümmert hat und welche Folgen das für die Grenzregion Deutschland-Polen hat. Ja, und fast 30 Jahre später kommt es so zu einer Art Bestandsaufnahme, die Vogt hier als, ja, doch Panorama der Gesamtheit ein bisschen abbildet. Luisa, was, wie hat dir Grenzland erst einmal so generell grob gefallen? Also für mich war es sehr entspannend und zwar in der Hinsicht, weil es einfach eine sehr unaufgeregte Doku ist. Man darf jetzt auch nicht davon ausgehen, dass man da irgendwelche Themen oder irgendeinen roten Faden vorgegeben bekommt. Man begleitet im Grunde eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Menschen durch die Grenzgebiete zwischen Deutschland und Polen und hört sich ihre Geschichte an. Und das finde ich auch das Schöne von Andreas Vogt. Er lässt den Menschen, die er dort trifft, enorm viel Raum für ihre Persönlichkeit und lässt sie einfach ganz unaufgeregt erzählen, ohne da großartig selber zu intervenieren. Und das fand ich doch mal ganz angenehm, weil viele Dokumentationen, die man so kennt, sind ja auch gerne mal eher ein bisschen entweder aufgeregter oder ein bisschen fantastischer. Da fallen mir auch öfters mal so US-Dokus ein, außerhalb von den typischen Geodokumentationen. Und das war dann doch mal richtig angenehm. Ja, die Zuschauererwartungen dürfen also nicht sein, dass ein erzählerischer Bogen in großem gespannt wird, sondern hier gibt es, wie du schon richtig sagtest, eher Einzelfänomene, Schicksale, kann man gar nicht sagen, finde ich. Einzelne Begegnungen, die Vogt ja hier mal mehr, mal weniger installiert oder inszeniert. Dementsprechend ist das eher eine unspektakuläre Doku. Gleichzeitig dadurch, das hattest du ja auch schon ein bisschen angedeutet, eine unheimlich authentische Erzielweise, wenn man von Erzählungen sprechen darf. Und dementsprechend haben wir es hier mit einer, wie ich finde, noch reinrassigen Dokumentation zu tun, wie es immer seltener wird. Wir haben ja manchmal die großen Sportdokus, wo es so einen großen Bogen gibt, wo also im Nachhinein eine runde Erzählung draus gemacht wird. Und hier ist es ein bisschen anders. Ist dir eine der Episoden so ein bisschen genauer oder ist die ins Auge gestochen oder ist die ein bisschen eingänglicher gewesen oder ist es für dich so ein, wie du schon sagtest, eher so ein beruhigender Gleichstrom? Für mich war es tatsächlich eigentlich ein beruhigender Gleichstrom, aber ja doch. Eine ist mir tatsächlich ziemlich stark ins Auge gestochen und zwar die Australier, die sich tatsächlich dafür entschieden haben, in das Grenzland zu ziehen und dort ihr Heim aufzuschlagen und seit jeher in diesem Gebiet auch leben und sich auch dort völlig frei ausleben. Und das fand ich tatsächlich enorm ungewöhnlich und fand ich auch mal schön, dass da ein kleiner Einblick gegeben wurde. Ich hatte tatsächlich eher erwartet, dass man so ein bisschen die deutsche Seite quasi beleuchtet und dann die polnische dann vielleicht auch tatsächlich stark auf die Vergangenheit eingeht. Aber das war tatsächlich nicht der Fall. Und das hat mich super beeindruckt, dass man da so viele Facetten kennenlernt. Das fasst es auch, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Also wir haben hier nicht den großen historischen oder die große historische Abhandlung, die uns hier vorgesetzt wird, sondern du hattest es schon richtig gesagt. Es sind so Auszüge und Ausschnitte aus diesem Panorama, das wir in diesem Dreiländereck zwischen Niederschlesien, Polen und Deutschland dort haben, also wo auf der anderen Seite dann das heutige Tschechien liegt. Und das Spannende an dieser Dokumentation ist, dass sie auch ein bisschen, finde ich, mit dem Begriff Grenzlanderwartungen erfüllt und diese gar nicht so richtig oder Erwartungen weckt vielmehr. Und diese geweckten Erwartungen, wie du schon sagtest, die werden so ein bisschen, ja, auf die Spitze getrieben und man denkt so, es passiert was ganz Spektakuläres und jetzt kommt die große historische Abrechnung auch von vielen Beteiligten und sie bleibt in der Tat komplett aus. Es gibt noch eine interessante, wahrscheinlich auch mit dem größten Bezug zur Allgemeinheit gezeigte Episode um einen syrisch-kurdischen Flüchtling. Da merkt man dann ganz schnell, dass so die Toleranz und die Integrationsmöglichkeiten, gerade auf der Seite der Deutschen in dieser Oder-Neiße-Region, sich den Gegebenheiten anpassen. Sagen wir es mal so, dadurch, dass dieser junge Mann da nur alleine ist, sind die Mitarbeiter oder die Kollegen von ihm doch durchaus, sagen wir mal, integrationstoleranter und sagen, ja, das haben wir ja schon hinbekommen. Aber man spürt so ein bisschen unterschwellig. Naja, also so richtig glücklich mit der Situation waren die sicherlich nicht. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Wir sind aufgrund unserer momentan anberaumten Zeit schon auch ein bisschen in unserer Fazit-Region. Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, Luisa, dass so eine Bewertung einer so, ja, doch speziellen Doku vielleicht schwerfällt. Vielleicht verzichten wir, wenn du natürlich eine Bewertung in unserem berühmten Skala von 1 bis 5 hast, dann nehme ich die gerne. Aber ansonsten darfst du auch gerne einfach nur ein Fazit verbalisieren. Also mir hat es tatsächlich sehr gut gefallen, weil ich wirklich den Eindruck hatte, ich werde ein bisschen an die Hand genommen und durch ein Gebiet gezogen und lerne auf der kleinen Reise mehrere Personen kennen. So wie man es zum Beispiel kennt, wenn man als Backpacking-Tourist quasi unterwegs ist. Und das fand ich super schön. Das hatte was von einem kleinen sanften Fluss, der vor sich hin plätschert. Und für einen ruhigen Abend, an dem man sich gern mal ein bisschen berieseln lassen möchte, der nicht so aufgeregt ist, ist es auf jeden Fall eine schöne, wunderschöne Doku. Und bietet auch ein paar schöne kleine Anekdoten, bei denen man doch hier und da auch mal gerne ein bisschen schmunzeln kann. Das sehe ich genauso. Ich finde es vor allen Dingen mutig, daraus keinen fiktionalen Stoff zu machen, wie es Chloe Sao mit Nomadland zumindest ansatzweise getan hat. Da habe ich durchaus eine Parallele gesehen. Auch ein Film, der sehr gleichströmig, der sehr, sehr ruhig daherkommt, der sehr, sehr unspektakulär ist. Und das Ähnliche kann man bei Grenzland erwarten. Also wer sich zum Beispiel so ein Double Feature jetzt im Kino geben möchte, kann sich ja gerne zuerst unsere authentische Dokumentation Grenzland gönnen und im Anschluss den Oscar-Gewinner dieses Jahres gönnen. Und ja, ich verzichte auch auf eine Punktebewertung, weil ich das ganz, ganz schwierig finde bei einer Dokumentation. Gebe aber dennoch gerade auch aufgrund der kommenden Mainstream-Blockbuster-Überflut eine klare Guck-Empfehlung, sowas vielleicht auch mal auf der großen Leinwand zu schauen, denn die landschaftlichen Panoramen sind hier ganz klar auch was für die große Leinwand. Luisa, dann danke ich dir für diesen kurzen Appetizer für unseren Film Grenzland. Danke auch. Vielen Dank auch an euch ZuhörerInnen und bis zum nächsten Mal hier beim Chile-Stammtisch. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des Tele-Stammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.